Lissi Arna, war eine deutsche Schauspielerin. Leben die Tochter des Lederarbeiters Max Arndt und seiner Frau Bertha, Geb. Eve Leit, besuchte in Berlin die Volks- und Handelsschule. Sie kam als Komparsin zum Film und spielte 1919 in einigen Kurzfilmen. 1920 heiratete sie den Regisseur Hans Schwarz. Die Ehe wurde jedoch nach zwei Jahren geschieden. 1923 erhielt sie ihre erste Hauptrolle in dem Spielfilm Abenteuer einer Nacht. Nach einem zweijährigen Aufenthalt in Amerika wurde Lissi Arna ab 1925 häufig im deutschen Stummfilm eingesetzt. Sie verkörperte den in dieser Film-Epoche populären Typ der femme fatale bzw. der verführerischen Halbweltdame. Ihre bekannteste Rolle dieser Art übernahm sie als Prostituierte in dem Film Das Frauenhaus von Rio. Derselben Tätigkeit ging sie auch in Leo Mitlers Jenseits der Straße nach. 1930 spielte sie in Hollywood Hauptrollen in mehreren deutschsprachigen Versionen amerikanischer Produktionen unter der Regie von Wilhelm Dieterle. Doch schon im Jahr danach kehrte sie wieder nach Deutschland zurück und zeigte sich in der frühen Edgar-Wallace-Verfilmung der Zinker wieder in ihrer gewohnten Rolle als gefährliche Verführerin. Das Aufkommen des Tonfilms brachte für Lissi Arna allerdings einen deutlichen Karriereknick. Sie wandte sich nunmehr der Bühne zu und agierte in den Theatern am Kurfürstendamm und am Schiffbauerdamm. 1939 heiratete sie den Arzt Dr. Kleiber und zog mit ihm nach Venezuela, wo er eine Chefarztstelle antrat. Nach dessen Tod kehrte sie gegen Ende der 50er Jahre nach Berlin zurück. 1961 trat sie noch einmal in einer kleinen Rolle vor die Kamera. Lissi Arna starb 1964 im Alter von 63 Jahren in Berlin. Beigesetzt wurde sie auf dem Kaiser-Wilhelm-Gedächtnisfriedhof in Westend. Das Grab ist nicht erhalten.